ich begrüße euch zu einer weiteren folge von du hast mir voll meine introduction eingelabert ja wir spielen master bilders zum vierten mal oder so keine ahnung ja ist ja egal ich liebe master bilders das ist so ein schönes vor allem weil es so toll ist was dabei rauskommt wenn man sachen baut ja und die anderen sachen die man von anderen beiden ja das macht auch spaß das bewerten der sachen acht sieben sechs fünf vier drei auch wenn ich aufgeregt okay mal sehen was wir bauen müssen ein gefängnis nein wie geil okay ich kann jetzt schon voraussagen dass das dass ich wahrscheinlich viel zu groß bauen werde mal wieder und dann heulen wir dass ich keine zeit mehr habe so ja das wird wahrscheinlich genauso kommen so und zwar machen wir mal eine gefängniszelle ich sollte am besten nicht sagen was ich baue das ist vielleicht auch ein vorteil ja ich werde auch eine gefängniszelle bauen kein sache oder einfach das ist einfach das wort prüssen auf dem boden schreiben mit woll blöcken oder so soll auch solche leute geben die das sehr gerne so zu bauen ich brauche schon so allein so lange um die dies anzustellen um die wasser einzustellen die blöcke oder was mit dem boden was so jetzt eine minute ich habe eine minute verschwendet nicht ja das ist doch mal was na doch du hast den boden umgestellt oh mein laptop ist schon wieder sehr laut gerade der lüfter ist sehr laut ist not amused so ich denke immer dass drei gefängniszellen reichen werden dann ist das nicht so groß gebaut und auch nicht zu klein und ich habe gesagt dass ich drei zellen bauer das heißt ich werde ich habe wieder verraten was ich baue ach man einfach zu dumm zum kacken bin ich so hoch gott man so und jetzt wäre petrisch meinst du etwa symmetrisch nein doch doch er sagt immer pro petrisch ich weiß so ich weiß nämlich alles eine sehr sehr wagemutige aussage seiten willst du dich mit mir anlegen du weißt sowieso dass ich dir nur nein ich weiß wie man sich verteidigt ich kann karate ah ja sonst noch was ja kung fu mein kursor meinte damals zu mir er könnte bienen karate ja er mochte also als er noch ein kleines kind war mochte er bienen und er meinte er kann bienen karate und dann habe ich ihm gesagt wie das geht und darauf hat er ja keine antwort ja bienen karate ich muss mir noch den neuen das neue dienst runterladen wie heißt das na ich meine es ist auch nicht mehr neu das ist dieses optifine ach so das ding ja das ist ganz nett aber ich muss auch sagen dass minecraft inzwischen sehr gut optimiert ist für schwächere systeme also selbst bei mir läuft es teilweise mit sehr viel fps und ich bin sehr begeistert davon und ich habe nun wirklich nicht die monster gaming maschine also von daher bin ich sehr zufrieden obwohl nicht hier kommt nichts rein hier kommt jedoch noch ein bisschen licht rein so kann man das so machen kann man tatsächlich so der boden wird noch verändert und 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 wo sind denn die da so ich bin fertig das ist ein gutes gefängnis mehr sage ich dazu nicht Also, das ist kein effektives Gefängnis, aber es ist eine gute Idee Ich weiß jetzt schon, dass ich wieder viel zu streng mit den Leuten sein werde Ja, ich, also das hat von mir ein Meh bekommen Das hier kriegt von mir ein Okay Es ist halt schwierig, ein Gefängnis zu bauen, wenn man noch nie im Gefängnis war Wobei, wie gesagt, das ist halt nur noch ein Kasten Ja, das hingegen ist okay, das gefällt mir sehr gut Es hat sogar eine Inneneinrichtung und Zellen hat es auch, es ist gut Ne, sogar amazing, würde ich sagen Amazing Ja, der hat sich sehr viel mit den Details gemacht Ich dachte erst, das wäre das wäre deins gewesen, weil du nichts gesagt hast My eyes are bleeding Hat das ein Dreijähriger gebaut, oder was? Ich frage mich, was der braun wollte Er wollte, das war bestimmt nur ein kleines Kind was nicht lesen kann Naja, das ist auch ein Gefängnis Achso, nein, halt Ja, ich habe das gut mit Diamantblöcken verwechselt weil mein Texturepack das ziemlich ähnlich macht Ich habe ein Gut gegeben Naja, ich auch Ich habe jetzt aus Versehen ein Amazing gegeben oder ein Awesome, weil ich habe das Ich habe mich verklickt Das hier kriegt von mir ein It's okay Ja, auch eher, weil Nicht unbedingt, weil es nicht fertig ist Sondern einfach Ja Es ist zu Zu simpel Es ist zu bide Es ist auch ein okay Die Leute haben halt Ja Noch nie ein Gefängnis gesehen Ich hingegen schon Achso Ja, ich vergesse immer Dass das einfach dein Zeichen könnte Was ich hier kritisiere Das ist nicht fertig geworden Ja, das ist sicher deins Das kriegt ein Mäh Guck mal, aber drei Gefängniszeilen Ist das nicht doll? Naja, ich glaube, der würde das sehr, sehr groß machen Ja Aber das wäre dann halt eher so eine Sache für 50 Minuten und nicht für 5 Minuten Mhm Das ist, ähm Ja, ich weiß gar nicht, was das ist Es ist ein Mäh Ach, das macht schon Sinn Oder ein okay Ist okay Ist okay It's okay Fritz 7, 9, 6 Was ist das bitte? Aha Der Schaffer hat sich Schon Also das ist die Größe Ja, das ist der Grundress Ja, das ist auch wieder viel zu groß Die Leute sind einfach zu Größen wahnsinnig Ja Weil alleine das Zaun ziehen dauert ja schon so lange Jep Auch vor allem, weil das so eine Gitterstäbe sind Die so scheiße zu platzieren sind Ja Oh Hä? Achso Hö, das habe ich gar nicht gesehen Achso Oh, das ist nur der Die Arena Das ist ja Okay Immerhin 109 Punkte Und 5 da geworden Das ist doch ganz gut So Alles Kungsbanausen Ja Ich würde also sagen, dass wir diese Runde hier beenden Und dann die nächste Runde in der nächsten In der nächsten Aufnahme machen Okay Ja 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 Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss